Musik Wir treiben das Jahr 1972. In einer kalten, bitter Nacht wird ein Kind vor den Augen seiner Mutter geboren. Ein Junge mit ganz besonderen Fähigkeiten. Fähigkeiten, die das Zusammenleben zwischen Männern und Frauen grundlegend verändern sollten. 30 Jahre später ist es so weit. Im Zeitalter der Frauentagplätze und Übergangsjacken bringt er nicht in die verzweifelte Männerwelt. Ein Mann, der die Frauen versteht und keiner weiß warum. Ein Mann, der jede Frau haben könnte und auch jede Frau hatte. Hattest du nicht so? Du kannst ja nicht sagen, dass du hatte. Du kannst ja nicht so nicht rausgehen und sagen, dass du von deinem Kreuz herkommst. Du kannst ja nicht hinzu anfangen. Da kommt auch, dass du alle sagst. Na nur so. Dann geht alles weg, oder was? Ja, du, dass du müßt dich. Ja, mit müßt dich. Was müßt dich? So ein bisschen interessant, als sie vorne auf Unger sind. Oh, danke. Oh, Unger. So. Wir schreiben das Jahr 1972 jetzt. Die Maschinen haben die Menschen. Das ist ja auch ein Kreuz. Du kannst ja nicht sagen, dass die Maschinen. Wir sind ja mindestens primitiv. Das ist aber möglich, dass die Comedy-Programm nicht sehr wieder antworten. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist so weit. Das Wagen hat ein Wettbewerb. Begrüßen Sie mit mir jemanden, der alle Frauen hat. Ach so, das ist ja. Haha, sehr bekannt. Begrüßen Sie mit mir, ein Ausbild, Mario Banner. Begrüßen Sie mit mir. Begrüßen Sie mit mir. Hallo, ihr was von Hannover. Hallo, ihr habt's gehört. Ich wurde jetzt abends in Hannover verteidigt. Aber ich binjamig in Hannover verteidigt. Er ist schon drittem Tag von denjenigen. Robi, ist das wirklich. In dieser Stadt, der ist eine tolle Stadt. Man muss jetzt wirklich sagen. Wir haben hier mal angefangen. Wenn man es ernst davon hat, wir haben die ersten Aufricht in Berlin. Ich bin hier in Hannover in Hannover. Das ist ja, das ist nicht so toll. Robi, ich bin hier für die erste Aufrichtung. Ich wollte mich gerne so viele Leute, die kommen wie du und sie hören, wie wir mit der Hause abrollen. Das ist ja die Nacht, ich muss nur leben, schön ist das nicht. Wobei ich muss sagen, ist der Toll. Also meine Freundin, ist der Toll. Muss man anfangen, dass man keine Zeit ist. Das ist der Toll. Nein!